Ich bin momentan an einer Revigo-Türe dran. Das ist ein sehr komplexes Beschlag der Firma Blum, die sehr viele Bohrungen drin hat, die die RWDM mit ihnen zusammenarbeitet, wo wir eigentlich alles reinrechnen. Das heisst, ich vertraue dem, ich kann das reinrechnen und meine Bohrungen stimmen. Wenn ich das selber machen muss, dann würde ich sicher guten Tag aufnutzen und die Bohrungen übernehmen, wenn ich das selber müsste. Das ist für uns enorm wichtig. Da gibt es schon recht komplexe Beschläge heute auf dem Markt, wo man ganz einfach ausgedrückt heute in Plan hineinziehen könnte. Und sämtliche Bearbeitungen sind bereits drin. Wir müssen nicht noch alles manuell eingeben. Das ist super. Es geht schnell bei RWDM. Auch Spezialwünsche, die man hat. Die werden schnell umgesetzt. Es ist wirklich für uns ein Traum, so zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich für uns ein Traum. Das ist wirklich für uns nicht mehr references videreienm. Das sind ganz viele Bubblät.